Deutsche Memes XUNA Digga, Lach-Yoga, so geil Ich will ja nicht flexen oder so, ist nicht meine Art, aber ich hab halt schon 8 Solo-Wins, ne? Das ist das Flexen Und wie viel Spielstunden hast du? Über 2000 Ach du Scheiße Werden, was machen die da? Wo machen die da Kuchen? Die machen Kuchen, die machen da Käsekuchen Warum, warum wollen die Kuchen machen? Darum, weil das lecker schmeckt Ah, ich weiß nicht Digga, also da ist ne Menge Backpulver drin, aber ob das jetzt Kuchen ist? Jungs, ich geh noch einmal kurz um den Block So dumm, Alter Vielleicht noch zweimal Und dann bin ich online, was geht ab? 17 Uhr Zwischendurch brauchst du jetzt auf der Platte Wir grind' in Fortnite, Alter, was geht ab? Jetzt reicht's mir aber gleich! Wie kann Kevin eigentlich auf dem, auf dem in dem Video noch 15 aussehen? Fortnite ist vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren hat's angefangen Und 4 Jahre später sieht Kevin einfach aus wie 35 Digga Wie kann, wie kann ein Körper innerhalb von 4 Jahren 20 Jahre altern Digga? Wie kann das sein, Chat, oder? Wie kann wirklich, wie kann man seinen Körper so zurichten, dass man innerhalb von 20 Jahre so wirklich Digga Umgedrehtes Botox hat der genommen, Bro Umgedrehtes Botox Essen, nicht schlafen Und viel Toxic Streams durch rauchen Ja kippen, oh mein Gott, klar Weil der immer Zigaretten raucht, ja true, true, true Nein, 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 was geht ab? Jetzt reicht's mir aber gleich! Oh, ne weh! Alter Ich hab immer, äh, Bildschirm, äh, immer, äh, ausgemacht und so weggeguckt Kenn ich, kenn ich, kenn ich 50 Euro für Kapital Bra Eistee ausgegeben Ich war völlig in meinem Film gewesen Digga, ich hab Kapital Bra Eistee getrunken Und ich hab das Gefühl gehabt, das würden mir die Zähne ausfallen Dirk, mein Bruder hatte das Das war so süß, das war so süß Kapital Bra Eistee ist wirklich einfach nur süß Ich war mit nem Kumpel unterwegs und erst zuhause hab ich eigentlich realisiert, was ich getan habe Ich bin süchtig nach diesem Eistee Nein, du bist süchtig nach Zucker Was hast du gegen 13-Jährige? Was soll ich denn haben gegen Trimes Community? Zehn Frauen, mit denen ich dich betrügen würde Oh, das hab ich noch nie aus den USA gesehen, dieses TikTok Als erstes natürlich niemanden, weil ich dich liebe Warum hast du das denn gemacht? Für nix Ach, Junge Wieder ausgetrickst und Wieder ausgetrickst, Digga Ich bin einfach der Beste, Digga Wenn ich die Videokonferenz verschlafen hab und der Lehrer schreibe das mal Internet Ich war schon immer der Beste und es wird auch immer so sein, Digga Einfach ausgetrickst Das ist das Ding Man kann in Deutschland einfach sagen Mein Internet hat nicht funktioniert Weil in Deutschland das Internet einfach so rotz ist, dass es nie funktioniert Man kann wirklich sagen Chef, ich kann momentan nicht arbeiten, weil ich hab nen Telekom Anschluss Digga Das ist wirklich so Das Internet in Deutschland ist so beschissen, Junge Es ist so peinlich, Alter Ja Immer, 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 immer Wenn irgendein Kollege vorne ne Präsentation halten musste Sag X aber mit S am Anfang Ja 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 Ganz kurz Trip, ich hör dich sehr schlecht Wie stell ich denn die Stimmen lauter? Alt F4 Du Ja Film lauter, der alte Boomer Ich hab den technischen Support von der Schule anrufen müssen, um hier wieder ins Meeting reinzukommen Jetzt haben wir 15 Minuten kostbare Unterrichtszeit verloren Ich hab schon, ich kann gar nicht mehr reden. Leute, ihr bringt mich wirklich auf die Palme. Oh, ihr wichst mir einen von der Palme. Herr Arsch, er ist April. Nein. Schwarz, schwarz, ich werd nicht mein Kanachi sehen, kennt mich schon. Wie heißt der Bro nochmal? Wie heißt der Bro nochmal? Wie heißt der nochmal? Spach, spach, wie heißt der nochmal? Das ist nicht Benji Ewald, wie heißt der nochmal? Äh, Bro. Papa Platze, alright, guess. April, April. Alright, guess, was hab ich denn gerade gehabt? Ich hab euch mal reingelegt. Oh nein. Gib mal nen Schluck. Junge, 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 Junge. Kevin, wenn er in Berlin einen geilen Schwanz sieht, einfach nur so. Dieser Sound. Kevin, wenn er einen nackten Mann aus der Dusche sehen kommt, kommen sieht, scheiße. Und weg damit und rein ins Maul, schön. Ich hab halt die ganze Zeit ultra chillig, ich hatte jetzt seit, ich hab jetzt drei Stunden gezockt, ich hatte dauerhaft einfach, ähm, äh, den Ständer. Hat zwar ein bisschen Nackenweh getan, weil du ein bisschen nach unten geguckt hast. Kenn ich, Digga, kenn ich. Wenn mein, ich hab auch immer, wenn mein Schwanz, dann hab ich auch immer Nackenschmerzen. Du hattest jetzt durchgehend nen Ständer. Die ganze Zeit, ja. Okay. Wenn dieser Polizist mich fragt, können sie über die Linie laufen und ich hol mein Koksröhrchen raus, was? Ja, aber Ananas, das heißt ja nicht in Englisch auch Ananas, weißt du? Ananas heißt doch Ananas. Ananas. Ah, peinlich. Hä? Ich hab uns auch schon ein paar Namen für sie überlegt, ich hab zum Beispiel Mia vorgeschlagen, Aluka. Bruder, pausier mal. Hä? Sehr ehrlich, musst du auch grad an Mia Khalifa denken? Boah, nein, Bruder, ich guck keine Pornos, ich bin ja Moslem. Woher weißt du dann, dass Mia Khalifa aus Pornos ist? Als euer Stuntman des Wissens werd ich mich betrinken, natürlich nur im Auftrag der Wissenschaft. Thema zurückzukommen, Ash Brownies haben auch immer ne ganz gute Becken früher gehabt, Digga. Die hab ich mir immer damals gemacht, Digga, und bei der Arbeit immer gesnackt. Ich hab auch mal nen Kollegen gehabt, der das mal gemacht hat und der Kollege, der hat davon zwei Stücke gegessen und hat dann Hunger gehabt und hat dann nochmal zwei Stücke gegessen und der konnte dann drei Stunden nicht reden. Der hat dann da so gesessen und hat sich drei Stunden nicht mit den Kollegen von mir unterhalten können. Können, ja, also das ist halt das Ding, wenn du halt nen Ash Brownie, glaub ich, isst und kriegst dann Hunger und hast ne Fressfläche und isst dann, um deinen Hunger zu stillen, nen Ash Brownie. Das ist, ähm, ja, das ist halt dumm, ne, ja, 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 mhm. Ja, mein Kollege halt, ne. Ich hab einmal bis jetzt in meinem Leben das gegessen und ich hab's gar nicht geschoben, Mann. Doch, Digga, das war übelst nice, Digga. Du sitzt im Pausenraum und haust hier so nen Brownie rein, Digga, alle Chatpints nicht und dann läufst du übelst verstrahlt auf der Arbeit rum. Digga. Oh, verab. Ja, aber da wurd ich auch gekündigt. Ja, moin. Ah, yo, Digga, alles klar, Bro. Ich, nachdem ich meinen Crush im Keller eingesperrt habe. Ich bin ein Psychopath. Digga, dieser Clip wirklich ist, passt auf, Chat. Spirit Animal, Spirit Animal. Normale Reaktion versus Mante. Hier ist es aber schön. Der mir immer auch mit, mit allen Gedanken zumindest bevor ich da ficken würde. Was? Oh nein, das arme Tier. Ich find's auch lustig. Kommt jetzt noch eine Szene, wo er das nicht vorliest. Oder bei so einer 500 Euro Drohne einfach nur Kuss sagt, Dankeschön, Bro, geh ich heute Abend in eine Umdrehung. Wow, was meinst du, wie viele Laster noch vorfahren? Formel ist sicher versteckt. Und zwar an einem ganz geheimen Ort. Ein Ort, auf dem niemand noch nicht einmal Plankton je kommen würde. Darf ich mal raten? Sie haben sie zu Hause unter ihrer Matratze. Verflugt seist du, KD-O. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur, von wem. Amme Narkolm, Finanzamt, Bruder. Gelbe Brief ist immer Finanzamt. Angela Menken, mach Shisha. Wer hat Schuld an Corona? Bilder? Fucking Dinkelberg! Dinkelberg! Scheiß Dinkelberg, Digga. Ja, das ist mir scheißegal. Wenn du dich auf dem Bild an hässlich und trotzdem 100 Kilometer zu ihr fährst. Hä? Ich krieg einmal einen rein. Das ist mir doch nur wichtig. Nein. Loch ist nicht gleich Loch, Digga. Loch ist nicht gleich Loch. Loch ist im Endeffekt ein Loch. Aber es kommt doch drum herum, wie es um das Loch herum aussieht. Und die Personality vom Loch ist auch wichtig. Ich will doch nur rein. Einmal einen versenken. Rezo. Abitur. Oh, ich hab' ich noch die 1 geahnt. Holy shit. 3,4? Digga. Einfach mein Abitur. Bro sick. Man, Digga, ihr tut's. Not relatable. So, als wenn ich alle Wörter so krass falsch ausspreche. Send. Real Talk. Rooney. Real Life Videos. Szene, Leute. Mach mal als Szene. Szene. Die FIFA-Szene. Hä? Ich schwöre auf alles. In meinen Augen hört sich das ganz normal an. Das ist genauso wie Tisch und Fisch, Digga. Junge. Wenn ich ehrlich bin, Bro. Wenn ich absolut Real Talk ehrlich bin. Scheiß da drauf, Digga. Natürlich. Lehrer, die wollen, dass wir so dem Feuer entkommen. Junge. Zweierreihen. Zweierreihen bilden. Ähm. Herr Direktor. Der Klassenraum hinter uns. Zweierreihen. Wer hat die Fortnite-Challenge gewonnen? Die Wette? Hat G-Time gewonnen? Der, das ist ein lustiger Fettsack. Den sehe ich voll oft in so Compilations. Aber der Gewinner? Mhm. Der Wette? Aha. Bin ich. Alles klar, Max. Danke. Wir sind Lit Boys. Deutsche Memes, die Monto zu Moslem machen.